Ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu 2, ach Tenchu 2 wollte ich krasse, Tenchu 4 Fertig Shadows Freunde und ja wir waren ja beim letzten mal mit der Rinn hier in diesem ziemlich miesen Level und ja jetzt machen wir hier mal weiter, jetzt haben wir mal ein paar neue Items, also wir haben eben die Strength Posen, da kriegen wir mehr Angriffskraft und jetzt haben wir hier die Mine, ist klar, das hier, das verlaubt uns Wände hochzuklettern, finde ich sehr interessant, aber das würde ich erstmal nicht, Explosionspfeile, kennen wir, so was ist das, explodiert, okay, Kolsebi Maru, ah, da kriegen wir dann unseren Hund, unseren Ninja Hund, den haben wir ja im zweiten Teil kennengelernt, Freunde und Jane's Life, Phoenix Exchange, ja, okay, ne, diese ganzen Items irgendwie, ich weiß auch nicht, Feuerwerk, puh, Cure Potion, Cures Poison, ja, okay, gegen Gift, ne, Freunde, ist da was, ich nehme einfach die Standard Items, äh, mit den Items kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, Freunde, es tut mir leid, und, ähm, ja, wie gesagt, würde ich sagen, starten einfach mal, starten, Mission, jawohl, los geht's, so, Fated Reunion, irgendwas mit Wiedervereinigung, wir sollen aus der Höhle, auch nö, Räune, das haben wir letztes Mal schon, ne, gut, what do I do, I do, I do, I do. Das ist nicht gut. Hm, warum muss jeder in meinem Weg gehen? Boah, krass. Ja gut, direkt mal gegen einen Bären kämpfen. Gut, Freunde. Aber erstmal mach ich noch mal einen Aufnahmecheck. Also wir sehen uns gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ähm, ja. Ich hab jetzt einfach mal hier diesen Soundcheck gemacht. Und... Der wehrt natürlich alles ab, ne? Ist klar. Ja, dann. Oh, ein Ruckel. Scheiße. Okay, und... Oh, der fliegt ja gar nicht weg, verdammt. Ach du Scheiße, Freunde. Um Gottes Willen. Was macht der hier? Ah. Das ruckelt. Um Gottes Willen. Lass mich doch erstmal trinken, mein Gott. Oh, trink schneller. Und ja. Ja. Oh, und hier, der Bär. Boah, ey. Verdammte Scheiße. Ja, dann. Keine Ahnung. Ah, was macht der? Verdammt. Wie macht man solche Attacken? Das weiß ich nicht irgendwie. Keine Ahnung. Okay, so. Und... Mach mal hier weiter. Alter. Dass das jetzt die ganze Zeit so ruckelt, gefällt mir gar nicht, Freunde. Ich glaube, ich... Äh. Ah. Ah. So. Dann machen wir hier die Shurikens. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, sehr gut, Freunde. Den haben wir gleich. Aber warum das manchmal ruckelt, weiß ich nicht. Oh, da liegt mein Shuriken. Oh Gott. Und... Mach den kaputt jetzt, hier. Ah, shit. Okay. Und den haben wir. Sehr gut, Freunde. Sehr gut. Haha. Oh Mann. Okay. Komm mir doch nicht mal zum Kaffee trinken, ey. Mal ganz ruhig, Freunde. Ich hab mir jetzt gerade ihren Kaffee hingestellt. Und, äh... Ja. Trink jetzt mal einen Schluck. Oh, ja, ich trink Samstagabends Kaffee. Das ist... Das ist so ne Angewohnheit von mir. So. Lass uns erst mal hier ankommen, Freunde. Wie gesagt, wir haben Samstagabend. Und jetzt müssen wir... Och nö, den ganzen Weg nochmal zurück. Oh nein, ey. Ich hasse diese Höhle. Oh, ich will da nie rein. Aber ich muss. Ja, super. Okay, Freunde. Hier ist ein Item. Hab ich nochmal gesehen, als ich das letzte Mal, ähm... Hier meine Videos angeguckt hab. Äh... Ich hab sehr oft Items übersehen. So. Dem schmeiß ich jetzt mal einen Giftreis nach da vorne. Mal gucken, ob das... Der müsste den jetzt voll fokussiert... Das ist Ninja. Okay. Das ist ein Ninja. Ja. Er holt sich den. Nein! Verdammt! Nicht entdecken! Oh! Nicht entdecken! Verdammt! Warum entdeckt er mich, wenn ich hinter der Wand stehe? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Da wollte ich den schön stylisch da ablenken. Nix ist. Ja, dann keine Ahnung. Lass den gleich zum Giftreis laufen. Und, äh... Sobald er den isst, ist er tot. Da hinten. Und... Anderer Tipp. Ich soll springen! Habt ihr gesagt. Ja. Das bringt wirklich was. Äh... Aber er hat ihn, glaub ich, schon gegessen. Hier, Twisting Fate. So. Zwei Stück. Drei Stück sogar! Geil! Okay. Genau. Äh... Ich hab doch den ein oder anderen Tipp bekommen. Und zwar, wenn ich im Wasser bin, soll ich doch nicht direkt auf den Boden springen. Oder irgendwie mich ducken, kurz bevor ich lande. Weil sonst, dann können die Gegner mich nicht entdecken. Moment. Das ist einer, glaub ich, für's Blasrohr, ne? Da hinten der. Ja, komm. Mach schnell! Verdammt, warum trifft das denn nicht? Muss ich echt so nah dran gehen, ja? Hä? Das trifft gar nicht, okay. So, und springen, habt ihr gesagt? Ja, geil, okay. Das hilft... Oh Gott. Mach mal... Mach mal Abbruch. Puh, lauf raus hier. Oh Gott. Alter Schwede. Da hat wieder irgendeiner... Ja, das bringt wirklich was, Freunde. Ähm... Krass. Äh... Vielen Dank, Gigo. Jetzt weiß ich auch, wie man nicht ausspricht. Vielen Dank dafür. Ähm... Für den... Für diesen Tipp. Äh... Das bringt wirklich was. Ich hab jetzt noch ein... Giftreis und der Typ ist auf 60. So... Wo ist denn da? Wahrscheinlich auf der linken Seite. Ja. Hier links. Aber ich trau mich mal. Schmeiß mal den Giftreis dahin. Und? Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. Hohoho. Alter Schwede. Wo kommt der denn auf einmal her? Ist der auf einmal in Alarmbereitschaft? Was war das denn? Okay. Jetzt ess den Giftreis. Ah, das ist jetzt wieder die Wasserstelle. Ich verstehe schon. Und? Ja! Geiler Kill. So. Silence Scream, Freunde. Ah, hier ist wieder die Wasserstelle. Ich verstehe. Ich muss mich hier... Wieder drei Rollen. Geil. Ich muss mich hier behutsam fortbewegen. Weil deswegen kam der wahrscheinlich auch eben angelaufen. Ne? Weil ich mich hier auf Wasser bewegt habe. Und auf Wasser bewegen hier, Freunde, ist nie gut. So. Haben wir hier irgendwas? Ne? Ich glaube nicht, Freunde. Achja. Schön gemütlich gemacht hier, Freunde. An einem Samstagabend. Becher Kaffee hier nebendran. Damit sollte das passen. Ich würde... Ich würde... Ich möchte ganz gerne... Oh! Da ist noch einer. Kommt der hier hin, oder was? Ich möchte ganz gerne heute vier Level aufnehmen, Freunde. ne? Weil ich habe doch jetzt richtig Bock auf das Spiel. Hier ist... Ist hier Wasser? Nein, hier ist kein Wasser. Okay, und? Ja! Das geht echt besser mit dem Springen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wirklich gut. Mit dem Kill. Wieso habe ich jetzt nur sieben? Hä? Ich habe doch eben zweimal drei Stück aufgesammelt. So, hier ist jetzt wieder eine Wasserstelle. Ah, muss ich... Ich glaube, da muss ich hin. Hä? Oder muss ich erstmal hier weiter? Hier links würde ich sagen. Ja, ich gehe mal hier links. Mal gucken. Vielleicht ist da ja noch ein Gegner in der Ecke. Da hinten. Ja, da ist sogar noch einer. Seht ihr? Moment, man kann hier auch irgendwie Leichen wegtragen. Seht ihr, Freunde? Man kann hier Leichen wegtragen. Den Tipp habe ich auch von euch erhalten. Richtig gut. Richtig gut. Und wie macht man das jetzt? Äh, die legt ihr immer wieder ab, aber... Wie macht man das? Wie macht man das, die Leichen wegzuschieben? Verdammt. Moment. So, das war... Ducken und Kreis, haben die gesagt. Und, äh... Ja, wie jetzt? Äh... Tut mir leid, das habe ich noch nicht verstanden. Auf jeden Fall kann ich ihn schon mal aufheben. Das ist doch schon mal etwas, Freunde. So. Okay, gut. Da ist er. So. Und... Und! Jawoll! Ey, das geht richtig gut mit dem... Ah, Moment. Mein Handy hat sich hier wieder aktiviert. Verdammt. So. Das geht richtig gut mit dem Springen. Wirklich vielen, vielen Dank für diesen Tipp, ey. Das macht das Ganze doch schon mal wesentlich stylischer hier, Freunde, oder? Findet ihr nicht? Finde ich doch, ja. Das macht alles viel, viel, viel einfacher. So. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, äh, gehen wir jetzt mal hier in die Richtung. Äh? Hä? Bin ich jetzt so dumm? Äh, falsch gelaufen. Scheiße. Muss natürlich erstmal da unten. Boah, diese Musik, Freunde, die ist so gruselig hier, ey. Ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen an, äh... Resident Evil. Keine Ahnung. Ne, da ist schon mal nichts. Äh? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ah, ich muss abhauen. Dann muss ich abhauen, Freunde. Geh weg. Dummer Typ. Verdammt. Oder soll ich doch anders da hin? Das ist eine ziemliche Scheißstelle da, ne? Ach, Mann. Ich will jetzt natürlich nicht alles verkacken, ne? Hm. Hm. Wenn ich jetzt da wieder hingehe, steht der noch da? Ich möchte gerne nochmal Großmeister schaffen, aber ich... Ah, die stehen... Das sind zwei! Ach du Scheiße, Freunde. Geh weg! Das sind zwei Gegner, okay. Ne, da geh ich nicht mehr hin. Äh... Oh. Was hab ich denn hier übersehen? Das kann ich sogar sehr gut gebrauchen hier. Nimm das mal bitte. Ne, ne, ne. Dann mach ich das jetzt anders. Ich lauf jetzt am besten hier lang. Und hangel mich da hinten hoch. Das geht ja auch. Da sind zumindest die Gegner wieder. Ich glaube, das geht auch, oder? Ich hab jetzt mal... Ja, ne, hab ich nicht gemacht. Das geht ja auch. Ja, seht ihr? Ja. Das geht auch. Ach, da! Okay, alles klar. Ja. Gut. Wenn der sich da rum... Hangele ich mal ein bisschen da hin. Der kann mich... Der kann mich doch hier nicht sehen. Was? Ich häng doch nur hier. Hallo? Äh... Die haben mich gesehen, obwohl ich hier hänge. Was soll das denn, Leute? Ja, super. Ja, super. Was soll ich jetzt? Ja, super! Ja, super! Ja, toll! Ah, verdammt! Verdammte Scheiße, Freunde! Ach, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. Und ich spiele das Level nochmal von vorne. Also bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich hab das Level nochmal gespielt. Ähm... Auch am Anfang diesen Bären wieder gekillt und wieder versucht, alles genauso zu machen wie vorher auch. Aber das mit dem Entdecken, das... Ja... Ich wurde auch wieder einmal entdeckt und... Ähm... Ja... Keine Ahnung. Also... Es ist... Ich muss, glaube ich, warten, bis die sich hier wieder beruhigt haben. Ja... Also anscheinend... Wenn die sich hier... Die können irgendwie hier nach unten gucken. Das finde ich verdammt interessant, Freunde. Funktioniert das, wenn ich den da gleich kille, so? Äh, ne... Das traue ich mich ehrlich gesagt nicht, ey. Ich muss auch... Ich muss auf der anderen Seite rüber. Was ist das denn für ein Scheiß hier jetzt? Mal ganz ehrlich. Verdammt, ey. Ja, das ist... Super toll. So, hier jetzt. So. Dann... Äh... Probier mal, ob der den da... Ist, den Gift reißt. Ich kann den jetzt natürlich nicht... Das Blöde ist... Wenn ich an der Wand bin, kann ich irgendwie nicht nach rechts gucken. Ich habe keine Ahnung warum, Freunde. Ja, ich traue mich jetzt nicht dahin zu gehen, aber... Mach einfach. Und ja! Geil! Okay, weg hier. Los. Da ist noch ein Gegner. Okay, den... Giftreiß mal nehmen. Oder? Moment. Ich muss die... Ich muss die Rollen holen hier. So. Okay, weg hier. Los. Da ist eine Frau. Da ist noch eine Frau. So, Freunde. Ähm... Ja. Ah, guck. Schaut mal. Ich habe hier dieses... Item hier bekommen. Aber wie... Wie setzt man das ein? Das sagt, man kann, äh... Ah, geil! Okay, ich habe es... Ich habe es, äh... rausgekriegt. Hier kann man sich so festhangeln. Das ist geil. Ah. Da hat einer einen, äh... YouTube-Kommentar gepostet. Eine Sekunde. Hä? So. Ähm... Ja, da schaut jemand mal in... Komm, meine Konker. Let's play. Sehr cool. So. Ähm... Nein, nein. Mach das mal weg. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hier... Ah! Also dieses Item hier, das lässt einen, ähm... Hier sich festhalten. Schaut mal. Hä? So, hier. Aber das kann leider nicht, äh... sich dauerhaft festhalten. Das ist nicht... Ne, ne. So, irgendwo da ist eine Frau, ne. Uh... 52, Alter. Wo ist die? Ich sehe mal wieder gar nichts. Irgendwo dahinter, auf jeden Fall. Ja, irgendwo dahinter. So. Dann würde ich mal sagen... Ja... Hier ist Wasser. Ich schmeiß den Gift, reiß mal dahin. Mal gucken, ob die drauf reinfällt. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Frau? Oh, die ist hier gar nicht. Okay. Hä? Ja gut, dann... Nehmen wir den Giftreis wieder mit. Ayame. Und da würde ich mal sagen... Und da würde ich mal sagen... Gehe ich andersrum. Boah, ich hab so Schiss hier, ey. Ich will nicht entdeckt werden, Mann. Aber da ist richtig, ja, ja. Irgendwo hier auf der rechten Seite ist die. Ich will nicht entdeckt. Schiss. Das Dumme ist halt echt... Ich kann so bei dieser Perspektive nicht nach rechts... Da ist sie! Okay, da ist... Da sind zwei. Uh... Alles klar. Das ist schwer hier, Freunde. So kommt die jetzt rum. Mit Wasser auch noch. Also richtig krass schwer hier. Aber wie soll ich das denn machen, Freunde? Wie soll ich das denn machen? Boah, das ist jetzt... Moment, ich hab ne Idee. Nimm mal den Giftreis und schmeiß den mal... Da hinten hin. So. Dann kann ich die jetzt ein bisschen anlocken. Dann lass ich die denen nämlich essen. Und dann kill ich die, ja. Wenn die jetzt das nächste Mal hier hinkommt, dann ist sie tot. Ich glaube, sie kommt. Die Zahl wird größer. Ja. Jetzt entdeckt die da die Leiche, oder was? Boah. Um Gottes Willen, Alter. Mach mir doch nicht so ne Angst, ey. So. Egal. So. Gut. Jetzt isst sie gleich den Giftreis. Ja. Und weg mit dir. Boah, geil. Darauf einen kurzen Kaffee. Sehr gut. Aber der Giftreis ist jetzt weg. Boah. 13 Rollen. Jetzt ist der da halt, ne? Erstmal gucken, wie der geht. Jetzt habe ich natürlich keine Items mehr, Freunde. Nur noch einen, äh, Heiltrank. Gut, aber ich werde gleich... Wenn der sich rumdreht, werde ich springen, werde ich ganz oft springen. So. Dann warte ich jetzt einfach mal ab. Und dann haben wir eigentlich das Level ja schon halb durch. Sehr nice, Freunde. So, ich glaube, die können bis 40 gucken, ne? Nein! Verdammt! Oh! 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 Scheiße! Jetzt ist er auch noch ein Abgrund. Ah! Verdammt! Wahle, Freunde! Gut. Ich spiel wieder bis dahinten hin. Nehm die gleichen Items wieder mit. Dann sag ich mal bis gleich, Freunde. So, Freunde. Ich habe es wieder nachgespielt. Wurde auch wieder ein paar Mal entdeckt. Also... Ja, scheiße gelaufen auf jeden Fall. Aber ich versuche mich hier nicht abfacken zu lassen, weil das ist ein geiles Spiel, Freunde. Deswegen, ja. Wie gesagt, ich wurde wieder ein paar Mal entdeckt. Wie lang, wie weit? Ah, 50, okay. 50. 50 können die gucken, wenn ich knie. Okay. Wenn ich jetzt aufstehen würde, würde er mich sehen. Hampel doch nicht so lange da rum, Mensch. Ich muss nicht killen. Ich muss da durch. So. Oh mein Gott, da kann man ja noch einen Kaffee trinken, ey. Ja. Da kann man Kaffee beitrinken. Der dreht sich ja gar nicht um. Verdammte Hacke. Der dreht sich wirklich nicht um, ne? Doch, jetzt. Okay, jetzt. Und zack. Geil. Den haben wir, Freunde. Sehr schön. Twisting Fangs. Sehr gut. Alles klar. Zwei Rohre wieder. Und ein Medipack. Sehr schön. Puh, 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 puh. Was ist das hier? Aufpassen. Da geht irgendwas rein, ne? Geh mal da runter. Hä? Da ist irgendwie... Irgendwas ist hier. Aber kann ich anscheinend nicht hin. Okay. Nee, nee. Dann... Dann... Gut. Dann würde ich mal sagen... Geh mal hier hoch wieder. Hier ist irgendwo ein Abgrund, ne? Das weiß ich doch noch. Ah, nee. An dem bin ich schon vorbei. Okay. Down ist auf jeden Fall der nächste Typ. Okay. Lauf einfach hin. Sehr gut. So. Da war ich mal mutig, Freunde. Die Boss Blades, ja. So. Wie funktioniert das jetzt mit dem... Oh Gott. Wie funktioniert das jetzt mit dem Wegtragen? Nein! Nein! Ah! Wo denn? Ah, hier. Okay. Ja, dann kill den so. Dann kill den so. Das ist mir scheißegal dann. Ah, Junge. Äh. Äh. Verdammter Typ, ey. Ah, Lex. Lex, Alter. Lex, ja. So, der hat noch vieles an Leben, ja. So. Äh. Dann mach den es halt so kaputt. Ist mir scheißegal. Ne? Oh, ja. Ist gut. Verdammt. Ne. So. So. Dann. Ja, dann. Penner Typ, ey. Wirklich. Ich hasse dich. Warum musstest du mich entdecken? Oh Gott, der macht mich gleich kalt hier. Ernsthaft? Oh, Gott sei Dank. Nimm das. Scheiße, Freunde. Aber ich glaube, das ist es mehr wert, ähm, die normal zu killen, als dass mich da ein anderer fünfmal entdeckt oder so. Oh, shit. Wo ist der? Irgendwo hier rechts. Okay, nee. Da geh ich noch nicht hin. Ah, verdammt. Der kam wieder aus irgendeiner Ecke, die ich nicht gesehen hab. Ich glaube, das hier ist ein Bonusweg, hä? So, Freunde. Ähm, ja. Würde ich mal sagen. Schau ich mal weiter hier. Ich bin gerade verdammt konzentriert, Freunde. Ähm, ja. Ich glaube, der kommt gleich hier hin. Oder? Wo ist der? Da hinten. Okay, alles klar. Da hinten, ja. Ich seh dich, Typ. Äh, Ruckel. Da ist noch einer, oder was? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Hallo, Rechner. Da bringe ich mich nicht... Da, da ist noch einer irgendwo. Oh, fuck. Ach, da ist noch ein Ninja. Okay, alles klar. Da sind zwei Leute. Seht ihr das? Diese schwarze Silhouette da? Ähm, ja, die müsste ich irgendwie ablenken. Allerdings weiß ich gerade nicht, wie. Ähm. Ich hab gerade ein bisschen Angst. Ich geh mal hier runter. Einfach mal mutig sein. So, weil sonst kommt man ja hier nicht voran, ne? Oh, der kommt. Okay. Der sieht mich hier durch, ernsthaft? Warum? Der sieht mich hier durch, krass. Okay. Ah. Blöd gelaufen. Scheiße, ey. Richtiger Bullshit gerade, dass der mich durch... So weit entfernt durch den Zaun sieht. Where do you go? So, der müsste ja theoretisch... Ne, okay. Ne. Gut, dann muss ich hier aufpassen, dann... Oder weiß ich da was? Kann ich hier nicht von der anderen Seite rein? Doch, kann ich. Ähm. Gut, dann geh ich von der anderen Seite rein, weil das hier ist scheiße. Da komm ich nicht zum Erfolg. Äh. Gut, Freunde. Hier, genau. Hier ist... Da! Boah. Uuuh. Okay. Ich bin gleich hier an der Wand, Junge. Egal, das geht noch so. Oder? Nein, er kommt hier rein. Okay. Äh. Verdammt. Passt das jetzt? Uuh. Okay. Gut, jetzt. Und springen und killen. So. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Twisting fängt es wieder. So, vielleicht rei... Nein! Mann! Warum denn jetzt schon wieder? Wer denn? Ich hab den nicht gesehen. Gottes Willen! Alter! Oh! Nein! Verdammte Fuck! Verdammte... Verdammte Hacke! Wie oft wirst du mich noch entdecken, Junge? Ich hab keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Ach, Mann! Scheiße! Jetzt wurde ich doch von dem entdeckt. Verdammte Scheiße, ey! Lauf einfach! Ich würde mich nicht so oft entdecken, Junge. Ah, Mann! Puh! Alter! Alter, Schwede! Oh, 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 oh! Ja, super. Jetzt hat er die... Schriftrollen nicht mehr, ey. Mann! Das ist so ärgerlich immer. Verdammt. Jetzt geht er natürlich da hinten hin, ne? Wo ich natürlich erstmal anschleichen muss, um... Wenn er wieder runterkommt, dann... Er hampelt da oben rum. Er kommt... Nein! Ah! Die haben echt Adler-Augen, die Gegner hier. Die sind echt nicht schlecht. Die haben echt Adler-Augen. Die haben sogar teilweise bessere Augen als ich, ey. Wo denn? Ach, ne, ja, toll. Jetzt habe ich ihn am Hals. Jetzt habe ich den Wichser am Hals. Alter! Der rennt mir echt nach, ne? Alter Schwede. So, jetzt aber reicht's aber mal langsam, ne? Jetzt habe ich meine Statistik verkackt. Durch diesen einen Gegner, da. Da, du gehst. Oh. Durch diesen einen Gegner habe ich jetzt meine Statistik voll verschissen. Verdammter Wichser. So. Mann. Verdammte Kacke. Ach, Mann. Aber vielleicht kriege ich irgendwie noch so Ninja-Profi oder sowas. Dann hätte ich mich vielleicht nicht ganz so scheiße geschlagen, oder? So. Hier rechts geht's wieder nicht rein. Okay. Würde ich mal sagen. Hier ist noch einer. Hier rechts irgendwo. Da. Da ist ne Tussi. Okay. Sehr schön. Nein. Um Gottes Willen. Okay, sobald ihr sich rumdreht. Okay. Und... Lauf hin und kill die. Mann, ey. Ich brauch Punkte jetzt. Ich brauch Punkte jetzt. Crossblaze. So. Okay. Das war ich nicht so. Dieses Level hat gerade richtig viele Schriftrollen, Freunde. 23 an der Zahl. So. Hier unten ist der Ausgang. So. Gut. Der Ausgang ist nochmal scheiße, Freunde. Da sind nämlich auch wieder irgendwie drei Gegner. Moment. Heil dich erstmal. So. Alles klar. Da sind nämlich irgendwie wieder drei Gegner. Da hinten ist einer. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal einer. Da ist einer. Okay. Es geht so schnell, Freunde. Es geht so schnell, dass die einen entdecken. So krass. Ist noch einer. Das sind drei Gegner. Wie soll ich das denn machen? Ohne Items jetzt, ja. Verdammte Hacke. Da ist noch ein Opa. Okay. Kommt der mal hier rein oder so? Das wäre schon mal was. Ach du Scheiße. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, Freunde? Ah, der kommt. Der Ninja kommt. Okay. Was macht der? Alter. Wie soll ich das denn machen? Das ist jetzt aber richtig scheiße. Nein. Ah, ich hab doch gesprungen. Verdammt. Okay, lauf weg. Lauf einfach weg. Oh, Scheiße. Ich hab keinen Bock gegen Linias zu kämpfen hier. Warum läufst du so langsam? Verdammt. Das ist unfair. Ah, Scheiße. Ach, Mann. Ah. Ja, dann mach den halt kaputt. Dann greif an. Komm. Hat halt noch ein bisschen Schwertkampf-Action hier. So. Nein. Nicht sowas. Das ist scheiße. Ich hab den eigentlich getroffen, aber egal. Ah, verdammt, ey. Ja, es ruckelt auch manchmal. Die läuft manchmal so langsam. Du bist der Gegner, ey. So. Jetzt. Ah, Mann. Ey, die machen immer so komische Griffe. Ich weiß nicht, wie die gehen. Jetzt kill den doch mal. So. Verdammt, ey. Boah. Meine Güte, ey. Muss ich jetzt echt den Heiltrank noch nehmen. Ah, ja. Statistik. Verkackt. Freunde. Verkackt. Mal wieder. Durch einen Gegner. So. Aber das war doch echt nicht schlecht. Also, keine Ahnung, ob ich da jetzt wirklich wieder so eine Fuck-Statistik kriegen muss, ey. Ich hoffe mal nicht, ey. Ich hab... Wo ist der Opa? Alter, das ist grad... Ich seh nichts wegen dem scheiß Gras hier, ja. Der geht weg. Was macht denn der? So, da hinten. Okay. Da ist er. Und lauf hin und kill den Spasti. Da ist noch einer. Da ist noch einer irgendwo. Nimm einfach... Oh, ein Schurik. Nein! Oh, Gott sei Dank. So. Wo ist ein Ninja? Der hat den Typen entdeckt und nimmt sich irgendwas von dem, okay? Die Gegner hier, die sind echt nicht so blöd wie in den ersten beiden Teilen, Freunde. Das ist... Das ist schon ein bisschen schwieriger, ja? Ja. So, wo ist denn der jetzt? Ich seh das nicht wegen diesem scheiß Busch hier. So. Okay. Uh. So, bis hierhin sollte der mich noch nicht entdecken, oder? Nein. Okay. Gut. Alles klar. Dann kann ich ihn in Ruhe... Ah. Ne. So, er läuft. Ja. Ja. Gott sei Dank. Boah. Boah. Schriftrollen. Jede Menge. Perfekt. 27 Schriftrollen, Freunde. Richtig gut. Boah. Ah, da kann ich noch rein. Vielleicht ist er noch ein Gegner. Oder was? Ne, leider nicht. Scheiße. Ich hätte... Ich brüchte eigentlich noch... Ah. Okay. Nö. Gut. Boah. Da kommt noch nicht mal eine Cutscene. Schade, Freunde. Doch. Okay. Doch. Alles klar. Och, Alter. Jetzt nicht ehrlich. Jetzt nicht ehrlich, Leute. Warum? Ich hab... Ich hab 14 Stealth-Kids. Kills? Was ist diese Specials? Was heißt das? So, ich hab alle gekillt wenigstens. Ich hab alle getötet. Ja. Okay. Aber was heißt diese Specials? Ich hab's schon gesehen hier. Mayhem Time. Die Zeit, die ich entdeckt war, die zählt auch da rein. Hm. Okay. Ja. Okay. Scheiße ist... Super. Scheiße. Gut. Das wusste ich nicht. Dass, ähm... Die Zeit auch zählt. Die... Die wir entdeckt sind. Das ist krass, finde ich. Schade. Ich hab 14 Stealth gekillt, aber auch, äh... 10 mal entdeckt. Naja. Gut. Ähm. Ich drück mal weiter. Was für Items haben wir gekriegt? Nichts. Also nichts Wildes. Kein Blasrohr oder so. Shit. Ja gut. Freunde. Ähm. Drück mal Next. Gut. Dafür haben wir jetzt wenigstens, äh... Hä? Jetzt ist auf einmal, äh... 60, okay. Ja gut. Ah, wir haben jetzt ein neues, okay. Ah, wir haben jetzt ein neues, okay. At the end of a flurry of attacks, Ayame can unleash a devastating kick attack, low to ground. Well, diese Technik ist aber nur eine in Ayame's arsenal von Attacken. Seine hohe Attack-Power macht es einer ihrer Lieblings-Favorite. Und wir haben uns mal den nächsten Teaser fürs nächste Level an. Währenddessen trin ich mal ein Stückchen Kaffee. So. Rin and Ayame face off once more. The return of Futaba has Rin overjoyed. But Futaba soon shows her true intent. Next on Tenju Fatal Shadows, the blind Masseus, evil, will perish in a flash of crimson. In the language of this land, Nasu means Eggplant. There are many ways to cook an Eggplant, many of them delicious. But this Eggplant would not be so delicate on the palate. For this one is not a vegetable, but a man. And an evil, lecherous one at that. He passes himself off as a masseuse. But his intent is not therapy. Countless women have fallen victim to his cowardly ways. A lone woman has come to pay retribution for all those wronged. The darkness of night hides evil. And the one who seeks to end it. Die blinde Masseuse bitte was? Okay. Das ist aber ein interessanter Titel. Naja, okay, Freunde. Ich würde mal sagen, ich habe mir gerade mal was überlegt während der Cutscene. Ich werde das in Zukunft so machen, dass ich nicht hier bei der Item-Auswahl die Abmoderation mache, sondern beim Speicherbildschirm. Weil danach kommt ja immer so eine Cutscene und das finde ich sehr gut so als Einleitung. Ja, würde ich sagen, das mache ich so, Freunde. Aber beim nächsten Mal dann, ja. Also ab jetzt quasi. Ja, keine Ahnung, warum das Level wieder so scheiße geworden ist. Ich war halt zu oft so viele Minuten entdeckt. Das ist, glaube ich, das, ne? Und ja, Freunde. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschö, tschö.